Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ähm, seit wann läuft die Kamera? D-N-Rausch! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DWN. Und heute geht es um ein sehr, 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 sehr krasses Spiel, beziehungsweise Serie, beziehungsweise... Ihr habt es wahrscheinlich schon am Intro-Ding gemerkt. Und es ist... Ähm, ja. Aber das Besondere an dieser Folge ist, dass es noch um ein anderes Spiel geht. Und zwar um... Skyland... Wie spricht man das eigentlich aus? Ich frag Google. Ah, Himmelslander. Aber nein, Spaß. Ich würde doch nicht so einen Blockbuster verarschen. Niemals. Okay, eigentlich ist das Spiel wirklich relativ cool. Und natürlich geht es um Skylanders. Und Pokémon Katschu. Doch was passiert, wenn man diese beiden unglaublich coolen Spiele einfach vermischt? Vermischt. Boom! Boah. Was ein Effekt, ey. Aber auf jeden Fall... Boom! Boah, Glendars! Fragt mich nicht, wie ich das so perfekt bearbeitet habe. Ich weiß es selbst nicht. Aber kommen wir auf jeden Fall jetzt mal zum Punkt, ja. Ist ja schlimm heute. In Skylanders gibt es ja bekanntlich diese Figuren, die man auf dieses Ding stellt. Und dann sind die im Spiel. Was ich irgendwie cool finde, aber auch irgendwie unnötig. Aber stellt euch einfach mal vor, das Ganze wäre mit... Ja, okay, oh mein Gott, jetzt halt bitte deine Fresse. Danke. Das fände ich ziemlich cool. Wenn es so Figuren mit Pokémon geben würde, die man auf das Spielfeld stellen kann. Versteht ihr? Und dann kommt da Pokémon und dann ist das ein Pokémon-Spiel. Das ist einfach nur krass. Das würde zwar irgendwie keinen Sinn machen, weil man die Pokémon ja fangt. Ach, egal. Das wäre einfach geil, ja.